Hallo und herzlich willkommen hier bei SoSimple. Mein Name ist Sabine, vielleicht kennen wir uns ja schon von meinem Nähblog. Hier bei SoSimple dreht sich alles um Schnittmuster und Nähanleitungen für Anfänger und Fortgeschrittene. Alles schön verständlich und Schritt für Schritt erklärt, damit du die Anleitungen ganz unkompliziert nacharbeiten kannst, auch wenn du noch nicht so viel Übung hast. Alle Infos zu Schnittmustern, Materialien und zu den Bilderanleitungen packe ich dir in die Infobox unter dem Video. Also worauf wartest du? Schau dich um, such dir dein neues Lieblingsprojekt aus und leg los. Viel Spaß!